Das Thema dieses Films sind Autoimmunerkrankungen. Der menschliche Körper verfügt über ein effizientes Mittel, Krankheiten abzuwehren. Das Immunsystem. Das Immunsystem kann körpereigene Zellen von Körperfremden wie etwa Viren, Bakterien oder Fremdstoffe unterscheiden. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Das Immunsystem kann körpereigene Zellen von Körperfremden wie etwa Viren, Bakterien oder Fremdstoffe unterscheiden. Das Immunsystem kann körpereigene Zellen von Körperfremden wie etwa Viren, Bakterien oder Fremdstoffe unterscheiden.